Hallo, herzlich willkommen hier im Autohaus Inuklu. Ich darf Ihnen heute den einen neu eingetroffenen Opel Mokka vorstellen. Das ist einmal die Automatikausführung. Wir haben ihn noch mal als Schalter bekommen. Im Innenraum finden wir einmal das Leder-Multifunktionslenkrad, welches beheizbar ist mit dem Limiter und dem Tempomaten. Auf der anderen Seite die Freisprecheinrichtung. Innen ermittelt es einmal das Touch-Display für Radio oder Navigationssystem oder zum Handy verbinden. Gucken wir uns gerade noch einmal die Rückfahrkamera an, wie das aussieht. Rückfahrkamera ist dann einmal hier mit Hilfslinien zum Lenken. Falls Sie Fragen zu diesem Automatik- oder einem anderen Schalter Mokka bei uns auf dem Hof haben, können Sie mich gerne anrufen. Mein Name ist Sven Ludwig. Meine Daten finden Sie in der Videobeschreibung.